Hi, herzlich willkommen zum LS17. Mein Name ist Andi und ich freue mich wie immer mega, dass du eingeschaltet hast. So, hier wollen wir doch jetzt mal schauen, ob der Helfer mit dem Feld klarkommt. Normal sollte er das. Also eigentlich hat er das immer so gemacht. Auch mit dem größer erstellten Feld. Sollte normal für den Helfer kein Problem sein. Für den Standardhelfer. Ich lasse den mal so fahren. Jupp, der Deutz ist immer noch am Flügen. Feld 12. Hier ist immer noch ein Riesenchaos. Müsste ich mich auch nochmal drum bekümmern. Aber hier steht zuerst an, ich könnte auch den Trick abmachen, noch ein bisschen Gülle ausbringen. Das machen wir mal noch zu aller allererst. Denn das war ja, ja, da waren wir ja stehen geblieben. Gülle auszubringen, Felder zu düngen, das macht Spaß. Die ganze Sache ohne GPS. Klar, warum auch sonst. Große Nachfrage für Gerste bei der Denton Bakery. Müssen wir da mal nachschauen. Ich glaube, Gerste haben wir noch ein bisschen was am Start. Vielleicht verkloppen wir die 100.000. Denton Bakery wird 572 dafür geben. Das wäre nochmal, das wäre nochmal Asche. 16 Stunden, weißt du was? Ich habe da noch irgendwo irgendwas zum Fahren. Der ist im Einsatz, der ist im Einsatz. Oha, komm. Dann müssen wir hier, komm, mit GPS machen wir. Kriegen wir hin. Doch, mit GPS. So. GPS an. Die Schläuche runter. Und los geht's, weiter geht's. Machen wir gerade soweit, wie wir hier kommen, mit der Gülle. Und dann fahren wir ein bisschen Gerste ab. Zur Denton Bakery, denn das gibt noch ordentlich Asche. 570, 100.000 haben wir. Dann wäre schon in Ordnung. Dann können wir uns überlegen, was wird man mit der Kohle machen, wenn wir es verdient haben. So. Ach, herrlich. Das gefällt mir ja wieder ohne Ende, ne. Ich mach's gerne. Ich fahr gerne Gülle. Ich fahr, ja, ich mach eigentlich alles gerne. Ich spiel das Spiel einfach gerne. So, das wird auch, glaube ich, die letzte Aufnahme noch vor dem Add-on sein. Und, ähm, bei dem Platinum Add-on habe ich mir überlegt, ich fange die neue Karte an. Ähm. Lass die Volks Valley, aber, ja, die will ich jetzt nicht enden lassen. Ich, ähm, würde die dann mal auf Eis legen. Und dann vielleicht sogar, wenn ich viel Zeit hab, oder wenn ich mal wieder mehr Zeit hab, wo es ja doch eventuell drauf hinausläuft, ähm, fahr ich einfach beide Karten. So ist mal der Masterplan. Aber da ich ja auch neuen Content spielen will und auch, ähm, ähm, ja, neue Maschinen, neue Karte und, und alles toll, alles neu, alles super. Also, da fange ich natürlich mit der neuen App an. Und, ähm, dann arbeiten wir uns vor. Vielleicht mach ich da irgendwann auf der Volks Valley weiter. Ja, ja, ist halt Heimatkarte, ne? 100 Folgen da drauf gespielt. Das ist schon nicht schlecht. Und hier haben wir uns natürlich alles schwer erarbeitet. Viele Bäume gefällt, viele Felder bestellt. Naja, viel hier drauf gemacht, auf jeden Fall. Deswegen will ich das nicht einfach so enden lassen. Da kommt schon noch was. Ich stell mal meine Zeit zurück auf einfach. Gülle ist jetzt eh alle. Jo, das war's. Können wir direkt einklappen. Dann müssten wir hier auffüllen, aber... Der Plan ist ja, verkaufen. Vor allem hätte ich hier auch mal ein Gewicht dran packen können. Also. Egal. So, nochmal ein bisschen Innenansicht fahren. Ich mach's, wie gesagt, viel zu wenig. Aber es sieht viel zu gut dafür aus, dass ich so wenig mach, ne? Gerade hier bei dem Valtra mit der Rückfahreinrichtung. Nice. Ja, wenn ich die neue Karte anfange... Ich denke, ich werde dann... Ja, irgendwann die Woche noch ein Video rausbringen, wenn ich es zeitlich schaffe. Auf jeden Fall dann schon mit dem Platinum Addon. Das kommt ja am 14. raus. Und, ähm... Dann werde ich das Spiel nicht mehr auf schwer starten, sondern auf normal. Ich dachte erst dann leicht, aber dann... Vielleicht, ja... Geht's dann doch zu schnell. Man hat zu viel Kohle. Und da ist ja doch alles ein bisschen... Doch schon easy, ne? So richtig easy. Keine Ahnung. Pro Anhänger dann so, keine Ahnung. Hunderttausende oder was. Ne, das ist... Das ist zu viel. Das brauchen wir nicht so. Also ein bisschen mehr als jetzt könnte es dann schon sein, ne? Ich hoffe, ich kriege die Kiste hier angehangen. Nein, so nicht. Konzentration. Und dann kriege ich das Ding nicht aus dem Tor raus, ne? Weil... Ist so. Pass auf, ey. Das wird so kommen. Das war so klar, ne? Die Tore sind kein Geschenk. Ich hab keinen Bock auf den Mist. Ich setz den Anhänger zurück und dann... Da, Anhänger. Den, den, mach mal raus. Dann haben wir noch die ganzen Anhänger. Der ist es. Zurücksetzen. Jawohl. So, da, genau da steht er. Hier, die Scheune ist kein Geschenk, ey. Was ich da schon... Ne? Das ist, äh... Nicht einfach. Oh Gott. Vor allen Dingen, wenn wir da noch so fertig... Henker am Lenker und so. So, jetzt haben wir es. Jetzt mit Gerste gefahren. Scrollen wir mal ein bisschen rein, sodass ich doch sehe, was ich hier mache. Oh, wei. Ich sag, ja, Henker am Lenker. So, Weizen, Gerste und go. Und das Ding fahren wir dann direkt runter zur Denton Bakery. Denn die zahlen doch gut Kohle, ne? Da wird gesät, genau. Die müsste auch bald fertig sein, ne? Hier der Helfer. Der am Flügen ist. Jawohl. Letzte... Letzte Fuhre, genau. Cool. Dann sind wir ja bald wieder soweit. So. Da ist der Waldrauf fast zu klein für, ne? Oh, nur fast. Das sieht's ja noch. Deswegen geht. Da ist echt zu klein für, ne? Ne, nix Gas. Wir können nicht lang rumbammeln und auf Autos warten. Wir müssen fahren. Wir haben einmal 40 Klamotten drauf. Das muss... Das darf nicht unterbrochen werden. Alles Gas. Vollgas. Ja. Geil. Ich würde fast sagen, Trecker ist tatsächlich ein bisschen klein dafür, dass da hinten jetzt 47.000 Liter Gerste dran sind. Woran ich das merke? Keine Ahnung. Ich meine... Die ganze Kiste ist am Schunkeln wie so ein... ...keine Ahnung... ...Wiesenbesucher. Super. Naja, wenigstens hält er halbwegs die Spur. Wir können 50 fahren. Das passt. Und wir sind hier sowieso gleich da. Ich mach mal ein bisschen langsamer hier. Nicht, dass ich so kurz vorm Ziel noch alles ablade. Da, wo es nicht hingehört. Das war natürlich dann nicht gut. Authorized Vehicles only sind wir, denn... Ihr wollt Gerste, wir wollen Kohle. Los geht's. Nee. Ja, es geht auch nicht waschen. Das ist immer noch dran. Dass das so hart schunkelt, ne? Das ist schon krass. Ich würd' ja sagen, ich probier's mit nem Frontgewicht, aber... Nee. Daran kann's ja nicht liegen. Traktor zu leicht. Quatsch. Falsch ballastiert. Nee. Kappes. Das hat auf jeden Fall ordentlich Kohle gebracht. 26.000. Da haben wir bald wieder 100. Ja, da müssen wir auf jeden Fall... Wir müssen hier... Wir müssen andere Felder ran. Ich weiß, ich war am jammern wegen dem Mähdrescher, aber... Wir müssen mehr Felder hin. Damit wir mehr ernten können. Damit wir mehr verkaufen können. Und dann ein größerer Drescher. Das Ding ist ja, Felder haben... Nee. Andersrum. Drescher haben wir ja. Und zu groß sind die Felder auch nicht. Also mit dem King das schon noch bewirtschaftet. Wäre halt schön, wenn er ein bisschen größer wäre, ne? Aber wir kriegen hier alles hin. Mehr Felder heißen dann halt eben auch mehr Ertrag. Und dann... Ja. Dann irgendwann neun Drescher. Wollte halt sagen, was ist da hinten los? Da habe ich doch eingesät mit... Mit Rasen. Ein Rasenwald mit Wiese. Aber es hat nur nicht geladen. Deshalb. Nicht, dass da jetzt auch noch ein Chaos passiert, wie bei Feld... Feld 12 war es, ne? Ne, 15 war es. Da war ja auch so ein... Ja, leichte Havarie. Ich glaube, die fahre ich direkt mit weg, ne? 20.000. Ja. Zum Füttern brauchen wir sie nicht. Nee. Fahr mal direkt mit weg. Ja, 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 ja. Verkaufen wir einmal alles. Ne, wobei... Doch, ne, doch, ne? Bin unentschieden, ne? Dann wäre es auf... Ne, lassen wir da. Ich meine, die 20.000, die machen Bock jetzt nicht fett. Vielleicht entscheide ich mich dann doch noch dazu, da zurück zu verkaufen. Dann mache ich das aber nach der Folge irgendwann. Ist mir auf jeden Fall noch ein bisschen Gülle gefahren bekommen. Und der Helfer war auch fertig oben mit Pflügen. Da können wir weiter einsäen. Ja, komm her. Können ja ruhig fünffach fahren. Ist jetzt nicht so schlimm, wie mein Angebot von der Denton Bakery steht. Noch 15,5 Stunden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Tag ist auch noch lang. Wir haben ja erst halb elf. Da kriegen wir noch was geschafft. Trotz fünffacher Zeitskalierung. Ja, dann sähe ich hier noch alles ein. Düng noch alles. Und damit auf jeden Fall... Muss ich mich nochmal oben um mein... Um mein Holz kümmern, was da oben brach liegt. Das hat ja irgendwer da hingeworfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Einfach hingezogen. Das müsst ihr auch noch alles weg. Ach, gut. Ich komme mir der Arbeit nicht nach. Irgendwie. Also... Tatsächlich. An fünf Baustellen müsste ich arbeiten. Dann kann immer nur einen Dreck erfahren. Gerade auch hier die ganzen Holzgeschichten. Das finde ich auch deshalb so geil, weil es ist easy, auf den Knopf zu drücken und den Helfer beispielsweise säen oder pflügen zu lassen. Das ist auch recht angenehm. Man muss es selber nicht machen. Man kann so arbeiten, abdrücken. Das funktioniert beim Holzmachen so gar nicht. Man muss alles selber fällen. Man muss alles selber häckseln oder selber aufladen. Und selbst abfahren. Da gibt es keine Helfer. Man kann höchstens mit Cosplay Abfahrrouten erstellen. Das war es dann aber auch. Ja, ansonsten aufladen und so. Alles selbst. Das ist auch so ein Stück weit geil. Aber dann ist man gar nicht erst versucht, irgendeinem Helfer sowas aufs Auge zu drücken. Das macht halt auch Fun. Klar. Selbst wenn man nur Stamm für Stamm beim Frontlader auflädt. Ich finde es mega. Habe ich auch fast viel zu lange nicht mehr gemacht. Das wäre, ja gut. Das heißt, wäre auch mal so eine Forstmap. Nur Forst. Aber ich weiß nicht, ob das schnell langweilig wird. Weil, ja, relativ zügig. Hat man daher alles, wenn man nur Sachen für die Forstwirtschaft kauft. Klar, Kettensäge, Frontlader, Anhänger und so. Ja, aber es bringt ja auch richtig Aschen. Also ist jetzt nicht so, als müsste man da... Ja, weiß ich nicht, wochenlang farben. Da hat man ja doch relativ schnell seine Kohle bei sich. Und dann, ja, weiß ich nicht, kauft man Harvester. Und diesen Ponce Buffalo. Ich sehe immer noch... Ich sehe den rechten Sinn in dem Spiel dazu, ne. Leider. Das Gerät ist... Ja, ist, also... Cool. Die Dinger machen auch richtig was her. Nur überall, wo man hier mit dem Buffalo hinkommt, kommt man auch mit anderen Gerätschaften hin. Das ist halt jetzt nicht so, dass man da total verbaute, verwinkelte Ecken hätte, wo man sonst mit nix hinkommt. Da kommt der tatsächlich überall hin. Auch mit dem Traktor oder keine Ahnung was. Und dann macht es keinen Sinn, das Zeug erst auf dem Buffalo zu laden. Buffalo, das klang gerade so doof, ne. Das halt erst auf die eine Maschine zu laden und dann irgendwo hinzustehen... Oh Gott. Dann irgendwo nochmal hinzulegen und nochmal anzufassen, uns endgültig wegfahren zu können. Da, ähm... Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Zumal es dann noch so schwierig ist. Schwierig in Anführungszeichen, denn die Stämme, man kann immer nur einen, maximal zwei packen. Ganz mal ganz gut läuft drei Stück. Und dann hört es schon auf, ne. Wie man sieht, wie die Profis das machen, die greifen da zweimal in so einen Stamm rein, in so einen Polter rein. Da ist das Ding aufgeladen. Und das machen wir am besten noch während dem Fahren. Also, so. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich das mache. liegt bestimmt nur an der Spielmechanik. Nicht an Spiele. Also, hoffentlich. Auf jeden Fall könnte das Ding besser funktionieren. Vielleicht brauche ich damit echt nur mehr Übung. Aber ist halt so... Ja, man braucht es halt echt nicht, ne. Man kommt tatsächlich überall hin. Und wo man nicht hinkommt, da hat man eine Seilwinde für. Muss man ja, ne. Klar. So ein Miststreuer-Ding könnte ich mir auch zulegen. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Da könnten wir die Scheiße auch wegfahren. Und hätten kostenlos gedüngt. Also, kostenlos im Sinne von nachhaltig kostenlos. Nichts, dass ich den Miststreuer noch kaufen müsste. Denn der kostet ja auch ein paar Taler, ein paar Euronen. Ja, ich glaube, so ein Ding kommt auch noch ins Haus. Geht ja quasi nicht anders. Muss ja gemacht werden. Mist muss ja auch weg. Und den verkaufen lohnt nicht. Also, tatsächlich nicht, ne. Wenn ich dann hier bin... Hab ich überhaupt einen Misttrigger in meinem Spiel aktuell drin? Ja, Mist. Ja, Mist. Je 1000 Liter. So, hier kann ich 1000 Liter aufs Feld kippen und hab... Weiß ich nicht. Ich sag mal ganz blöd, hier 100 Meter gefahren, ne. Und wenn ich dafür Dünger kaufen müsste, würde er wesentlich mehr kosten als 39. Deswegen macht das so schon, glaube ich, mehr Sinn, das Zeug aufs Feld zu fahren und damit sogar noch zu düngen. Helfer E hat die Arbeit auch erledigt. Das heißt, da oben ist gesät. Das ist auch relativ nice. Dann könnt ihr nämlich gleich weitermachen. Oh, hier mach ich aber mal kurz... einen kurzen Cut und guck da oben bei denen. Denn, mal schauen, er hat das ganze Feld... Das ist sogar sehr schön. Er hat das ganze Feld... eingesät. Da hatte ich ein bisschen Wammel vor, dass er es nicht erkennt, aber... hat er gemacht. Dann fahren wir. Hier muss auch alles noch gedüngt werden, ne. Ach nee, ich glaube, da geht uns tatsächlich noch der Dünger aus. Außer ist nicht schlimm, dann schmeißen wir Kunstdünger drauf. Das bisschen Kunst dann nicht drauf an. So, wie gesagt, es ist mega einfach, einfach auf... Mega einfach... Einfach auf eine Taste zu drücken. Und der Helfer macht's. Also, ihn fahre ich dann einfach mal ein Stückchen auf Seite. Dass mein anderer Helfer da nicht kollidiert. Den können wir auch einpacken. Und läuft. So. Bleibt hier. Huch. Zu weit. Und Gas. Dann säen... Nee, nicht säen, weil dann düngen wir hier weiter ein. Und fahren dann hoch. Machen wir oben weiter. Dann haben wir alles gedüngt und dann... können wir uns bald an die Striegelei begeben, ne. Freu ich mich auch drauf. Das Ding ist extra gekauft worden dafür. Bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Vor allen Dingen, ob man da auch einen Unterschied sieht. Ich meine, hier sieht man ja... Der Boden wird dunkler, ne. Ich glaube, das sieht man beim Striegeln nicht. Also, ich hab's noch... Ich hab's echt noch nie gemacht, ne. Ist eigentlich eine Schande. 100 Folgen noch nie gestriegelt. Ha. Ja, ne. Aber so ist es. Ist passiert. Das werde ich auch dann bei der... bei der neuen Karte direkt machen. Dass ich da alle Düngestufen und Flügen... alles... alles anhab. Und, ähm... dass wir da auf jeden Fall genug Arbeit haben. Nicht, dass wir nachher sagen... Oh Mist, hier, uns geht die Arbeit aus. Ne, ne. Da muss schon genug ran. Gerade, äh... am Anfang, wo man nicht so viele Felder hat. Da muss was herbei. So, ich seh schon wieder. Zeit ist um. Äh, ging heute mega schnell, ne. Kommen wir auf jeden Fall mega schnell vor. Wenn's dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn du's noch nicht hast. Dann verpasst du gar nichts mehr. Ja. Bleibt nur noch zu sagen. Dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Ciao.